Hey Leute, herzlich willkommen bei HeideKLV. Mein Name ist Dominik und cool, dass du wieder eingestellt bist. Herzlich willkommen Ludwig, hier bei uns. Freut mich, dass du da bist. Hi Janet. Ja, genau, Janet wird heute die Transformation machen mit Ludwig und bevor ich ein bisschen was über die Frisur erzähle, verrate den Zuschauern mal, wo du herkommst, wie alt bist du und ob du dich freust. Ich bin Ludwig, 25 Jahre alt, komme gebürtig aus Bayern, bin jetzt seit 5 Jahren Wahlhamburger und freue mich heute endlich meine Haare loszuwerden. Und eine neue Frisur zu bekommen. Cool. Dialekt hört man gar nicht mehr so richtig bayerisch, ne? Nee, Gott sei Dank. Schon abgelegt? Hochdeutsch schon? Hochdeutsch. Angeeignet. Okay, cool. Ja, ich erzähle euch mal ganz kurz noch ein bisschen was über die Frisur, die wir erzielen wollen. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir eine Ponyfrisur machen. So ein bisschen Mikropony, also jetzt kein langer, sondern ein relativ kurzer Pony. Seiten relativ kurz gehalten und natürlich mit einem schönen Übergang zum Decker. Und naja, lasst euch einfach inspirieren. Wir legen mal los und dann let's go und bis später. Und da, lasst euch einfach inspirieren. und dann lasst euch auf die Gefühlung. Und da, lasst euch einfach inspirieren. Und da, lasst euch einfach inspirieren. Und da, lasst euch einfach inspirieren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020